Ich will dir ein neues Auto kaufen. Was soll ich mit einem neuen Auto? Mein altes Pferd doch noch. Ich will gar nichts. Alles muss immer kompliziert sein. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die das große Abenteuer suchen. Christopher McCandless war auf der Suche nach sich selbst. Dann bist du also ein Streuner. Ein was? Ein Streuner, so nennt man die Typen, die zu Fuß unterwegs sind. Meinst du nicht, du solltest dir einen Job suchen und was aus deinem Leben machen? Ich hab nur ein Ziel. Ich will nach Alaska. Alaska, Alaska? Oder die Stadt Alaska? Ich werde ganz weit da draußen sein. Ja. In der Wildnis. Was willst du dann machen, wenn du da draußen bist in der Wildnis? Was tust du dann? Leben. Einfach leben, Mann. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass es im Leben nicht wichtig ist, stark zu sein, sondern sich stark zu fühlen. Dass man wenigstens einmal bis an seine Grenzen gehen soll. Wo sind deine Eltern? Leben irgendwo ihr verlogenes Leben. Ich habe dich! Wissen deine Eltern denn, wo du bist? Ich hab das nicht geträumt. Ich hab mir das nicht eingebildet. Ich hab ihn gehört. Ich hab Chris gehört. Junge, wie lange bist du schon hier draußen? Ein paar Wochen. Und davor? Da war ich in South Dakota. Hab für so einen Typen gearbeitet. Und, wie geht's dir? Wie geht's dir? Richtig gut! Ich bin den ganzen Colorado bis zum Grand Canyon runtergefahren. Durch die Stromschne. Wofür steht das Elm? Norden. Ein großes Alaska-Abenteuer. Ist hier jemand? Wenn du etwas im Leben willst, dann nimm es dir. Erstmal, Dose und事e nicht. Ich bin da noch.